Willkommen auf der Saat Talks. Heute habe ich das erste Volume von Unimai ab sofort Schwester für euch, inklusive Sammelschufe und Poster gab es im Akibabas Shop als Vorbesteller extra, bzw. als limitiertes extra, wahrscheinlich wenn nach der Vorbestellerfasse noch welche da wären, würden die wahrscheinlich auch noch mal rausgegeben werden. Hier ist die Schere. Ich packe erstmal fix den Sammelschufe aus, dass man nachher nicht gucken kann, ob auch alles schon reinpasst. Nicht, dass es wieder mal so eine Situation gibt. Ich weiß gar nicht mehr, welche Seite das war. Ach, bei Darwin's Game, glaube ich, wo der Sammelschufe zu klein produziert wurde, bzw. für die anderen DigiPics, nicht für die O-Cord-Releaser. Da gab es ja auch, wo ich in Japan war, einige tolle Sachen. Und dann haben wir auch ein Pop-Up-Store, wo ich ein bisschen was gekauft hatte. Und jetzt haben wir diese hier auch auf Deutsch da. Zu der Zeit in Japan, also es war ja im März, da ist die, glaube ich, erschienen, oder waren die da schon fertig? Ne, die war da, glaube ich, gerade am erscheinen. In den ersten Folgen hatte ich schon mal reingeguckt, ich habe ja auch den Manga angefangen. Und, äh, deswegen musste ich mir das jetzt hier auch holen. Weiß noch gar nicht, ich habe keine Clips zu den deutschen Sunko mehr angeguckt, deswegen lasse ich mich jetzt überraschen. FSK Flatschen kann man abbiebeln. Hier ist die erste von zwei Volumes, mit Episoden 1 bis 6. Und, drauf sind die Sprachen Deutsch und Japanisch mit deutschen Untertiteln. Das Ganze geht 150 Minuten. Bildformat ist 16.9 Full HD. In der Auflösung 10.80p. Tonausgabe sind 2.0 und es ist auf 16. Sieht man ja hier, wegen Sexualität. Ich bin immer noch so ein bisschen außer Atem. So ein bisschen an der Stelle stehen, ist immer noch recht anstrengend. Das ist schon cute. Dann haben wir hier, ja, vielleicht doppelt Werbung für den Manga. Beziehungsweise eine Mini-Leser-Probe ist das, glaube ich, sogar. Und eine Wendekover ohne den FSK Flatschen. Und eine Diske. So, jetzt packen wir das alles noch rein. Gucken noch, ob das passt. Also in den Sammelschub reinpasst. Und passt. Für das zweite Volumes auch noch genug Luft. Dann bedanke ich mich bei euch für das zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.